Der große Vorteil einer grauen Stauoperation bei Eileser ist, dass wir uns Zeit nehmen können für den Patienten, dass wir nicht die Hektik eines großen Krankenhausbetriebs haben und so individuell auf die Wünsche und Bedürfnisse der Patienten eingehen können. Ein weiterer großer Vorteil ist aus meiner Sicht, dass der Chirurg den Patienten nicht nur im OP sieht, sondern auch davor und danach und auch seine Ergebnisse selbst im Anschluss begutachten kann. Man hört in der Chirurgie nie auf zu lernen und wenn man sich seine Patienten selbst und seine Ergebnisse selbst nachher nicht ansieht, bringt man sich um die beste Möglichkeit besser zu werden. Ich lade Sie ganz herzlich ein, einen Termin zur Voruntersuchung über unser Online-System zu buchen. Diese Voruntersuchung ist ein wesentlicher Schritt auf dem Weg zu einem Leben ohne Brille. Ich freue mich darauf, Sie bei Eileser begrüßen zu dürfen.